Hallo und Willkommen zu meinem nächsten Video von Yoshi's Woollywood. So, das letzte Mal haben wir glaube ich mit Diddy Kong gespielt. Oder mit dem blauen Yoshi, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, auf jeden Fall spielen wir heute mit dem Amiibo Yoshi, der eigentlich natürlich der Pitacho Yoshi ist. Und ja, heute fängt es an mit Boss Xibolos Schloss. Keine Ahnung, wieso das Level so heißt. Aber wir werden mit dem, ähm, mit, man kann nicht den Akku unterfallen spielen, denn, ähm, das werdet ihr gleich noch sehen, wieso, warum wir das so machen. Ja. So, da wären wir. Und Boss Xibolos Schloss. Nick, du kannst nicht in Abkunde verstürzen. Okay. Dann geht's mal zurück. Los, würde ich mal sagen. Okay. Dann geht's mal zurück. Ups. Ups. Bei meinem Probevideo habe ich mich richtig aufgeregt, weil ich die ganze Zeit gestorben bin. Aber das wird jetzt nicht mehr passieren. Ja. Kommt hier ja gleich im Gschingsbüro. Ups. Oh nein. Ah, Mama. So. Hier ist eine Blume. Und zack. Und Checkpoint. Zack, zack. Hm, hallo, ihr Zybulus. Ups. Zybulus ist echt nervig. Oder was meint ihr? So. Endlich. Und so. Dann geht's mal hier hoch und ein Zybulus. Den braucht man übrigens für was? Und zwar für, wenn ich jetzt mal hochkomme, würde für das hier. Eine Blume, die ich noch nicht hatte. Oh, ich hab komplett vergessen, da hinten lang zu gehen. Entschuldigung. So. Mann. So. So. Endlich. Geht's hier rein. Und dann kommen auch schön Zybulus. So. So. Und. Ups. Und. Das gibt's doch nicht. Und eine Blume. So. 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 Jetzt direkt mal hier rein. Ich hoffe, ich überlebe das. Das war eigentlich klar. Ich guck mal, ob hier was ist. Oh, nein. Ups. Nein. Nein. So. Dann geht's auch noch weiter. Jo, Endless. So, und zack. So. Dann gehts direkt hier. Oh, ich habe es sogar geschafft, das abzutreffen. Hätte ich nicht gedacht. Was heißt ja, hätte ich, ich habe es nicht gedacht. Ich habe es nicht gedacht. So, wieder gekriegt. Und dann bereite ich mich mal vor für die nächste Quest. So. Jo. Jo. Ach ja, der Schlüssel für unser nächstes Ziel. Okay, das war jetzt dumm. Wieso bin ich gerade so dumm? So. Zum Glück war hier ein Checkpoint. Und. Oops. So. Okay, das bringt nichts. So. Na super, ich habe was bei den Xybulos, ähm, was vergessen. Das muss ich kurz, schnell holen. Das war sehr wichtig. Deswegen hole ich das, sonst hätte ich es natürlich nicht geholt. so. So. Oh, da kann man nicht. Na egal, ich kann euch jetzt schon, ich kann euch sagen, was es war, es war ein Stempel. Das war's schon. Zum Glück war das immer so. So, die ist wirklich super warm. Oh mein Gott. so wie war jetzt nicht verloren ich bin verloren mal wieder ihr wisst alle genau was da passiert das ist nicht wichtig so das einzig wichtig ist ja das habe ich jetzt gebraucht hat hier irgendwer ein Wohlknull für mich Wolkenau, Wolkenau. Ah, endlich Wolkenau. So. Und, und, und. Alle Blumen. Blumen. Und, alle vor Knäueler. Oh Gott. Ihr Joschi seid ganz schön hartnäckig. Ich dachte, ihr hättet schon längst aufgegeben. Xibolo! Knute dir die Hose zu und schnapp sie in dir. So, und Xibolo! Der war noch recht einfach. Und mit diesem Ergebnis verabschiede ich mich. Tschüss!